Mein Name ist Sascha Rabe und heute mal ein Tipp für dich als Führungskraft. Ja, löse nicht die Probleme deiner Geschäftspartner und deiner Mitarbeiter, sondern hilf ihnen, dass sie selber die Lösung finden. Das ist ganz wichtig und entscheidend. Denn es gibt Mitarbeiter, es gibt Geschäftspartner, die haben für jede Lösung ein neues Problem. Und dann ist das eine Never-Ending-Story. Ja, und wenn du jemanden hast und du gibst Unterstützung und Hilfestellung und für jede Lösung findet der ein neues Problem, dann ist es meistens nicht das Problem. Dann sitzt das Thema in der Regel etwas tiefer. Und deswegen ist meine Erfahrung, dann arbeite nicht an den Problemen, sondern an der Herausforderung, die tiefer liegt. också an der Regel. Und jetzt geht's. Vielen Dank.